Selbstvertrauen und Erglaube, dass alles so kommen wird, wie du es möchtest, das führt zu Erfolg. Diesen Erfolgstipp hat mir Schauspieler Conor Trinier mitgegeben und darum geht es in meinem heutigen Blog. Herauszufinden, was du denn möchtest, um dir am Ende des Tages selber zu vertrauen, dass dein Leben nicht dasteht wie der schiefe Turm von Pisa, sondern gerade. Fragst du dich, wie das Universum, wie der liebe Gott, wie die höhere Macht funktioniert und welchen Wert du dir selber dabei zumessen solltest, dann klick dich jetzt rein auf www.normen-graeter.com und finde es heraus.